Hallo zusammen. Heute Bodypower, Ganzkörpertraining mit Hilfsmitteln. Langhanteln, verschiedene Kurzhanteln und die Matte. Gut, wir legen direkt los mit der Aufwärmung. Schnappt euch die leichten Kurzhanteln in die Hand. Gut, schulterbreiter Stand, Füße ein bisschen auseinander, die Beine leicht beugen, oben schön strecken, Körpermitte auf Spannung bringen. Und dann beginnen wir mit Schulterkreisen. Oberkörper schön aufrecht und bewegt die Schulter. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, Richtungswechsel. Holt die Schultern von hinten nach vorne. Und wieder zurück. Jetzt schön groß die Bewegung, zieht die Schultern richtig nach hinten. Jetzt auf einer Seite Ellbogen hoch. Komm, der Ellbogen muss wenigstens etwas über die Schulter gehoben werden und schön nach hinten ziehen. Schultergelenk bewegen, andere Seite. Und die Bewegung mit beiden Seiten im Wechsel. Oberkörper mitbewegen. Leichte Rotation, schön die Rumpfmuskulatur anspannen und die Arme mitziehen. Komm. Oberkörper gestreckt, Bauch angespannt, Oberkörper langsam nach vorne. Komm. Komm. Oberkörper vor. Streckchen, Brustkorb hoch. Und die Ellbogen zurückziehen. Und die Ellbogen zurückziehen. Und wieder aufrichten. Ellbogen nochmal hoch. Und wieder tief. Noch fünf. Vier, drei, zwei, eins. Locker. Gut. Schultern und Arme locker lassen. Kurz durchatmen. Oberkörper ein bisschen vor. Rücken entspannen. Gut. Wieder aufrichten. Schultern nach hinten. Arme an die Seite. Und Nackenmuskulatur. Schultern hochziehen. Tief. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Tief. Tief. Achtet drauf, dass die Schultern nicht nach vorne rutschen. Schultern schön an der Seite lassen. Oberkörper gestreckt. Schultern versetzt. Eine hoch. Die andere tief. Gut, beide Seiten hoch und locker lassen. Arme entspannen, einfach fallen lassen. Haltet den Brustkorb vorne oben. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins, locker lassen. Gut, wieder ausschütteln, Oberkörper ein bisschen vor. Gut, weiter geht's. Achtet immer darauf, dass die Beine leicht gebeugt bleiben. Oben schön gestreckt. Schultern tief, Schultern nach vorne ziehen, Brust anspannen, Schultern nach hinten ziehen, Rücken anspannen, dabei die Schultern immer schön unten lassen. Und im Wechsel, auf geht's. Und vor. Achtet auf die Schultern, die müssen sich bewegen. Vor und zurück. Gut, die Arme langsam anheben. Hantel auf Schulterhöhe. Schön nach hinten, den Rücken anspannen, Ellbogen weit nach hinten. Noch drei, noch zwei. Halten hinten, schön weit zurück, Rücken anspannen, anwinkeln, Ellbogen hoch, Schultern tief. Oberkörper geht gestreckt nach vorne. Wir lassen die Unterarme nach unten hängen, ziehen die Ellbogen richtig hoch und lassen die Schultern rotieren. Hantel vorne hochziehen und wieder tief. Achtung. Und hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Die Ellbogen bleiben oben. Oberkörper nach vorne, schön gestreckt, Bauch angespannt. Und hoch. Noch drei, noch zwei. Oben halten, aufrichten. Oberkörper nach hinten. Unterarme nach vorne. Unterarme nach vorne. Und hoch, tief, hoch, tief. Komm. Schön weit nach hinten ziehen. Die Ellbogen oben halten. Komm. Noch drei, noch zwei. Oben halten, nach hinten, Ellbogen zurück und hoch. Kurze Bewegung. Ganz oben. Komm. Sieben. Zwo. Eins. Nach oben die Hantel. Kurze Bewegung. Ganz oben. Komm. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Nach unten wieder. Ellbogen tief. Ellbogen nach vorne. Und. Vor. Vor. Komm. Komm. Auf. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Vorne zusammenbleiben. Ellbogen eng. Und noch mal hoch. Komm. Komm. Noch sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Und ausstrecken. Komm. Und ab. Kurze Pause. Schön aufrichten. Schultern tief. Tief. Bisschen hüpfen. Lass die Schultern fallen. Und wir trinken was. Zwo. Zwo. So. Weiter geht's. Grundstellung beibehalten, Füße auseinander, Beine schön beugen, Oberkörper strecken Arme an der Seite, Schultern schön weit hinten Jetzt geht es um die Ruffmuskulatur Langsam beginnen, zur Seite runter gehen, kurz halten Eine Seite dehnen, langsam wechseln Wechseln Und schneller Brustkorb schön aufrecht halten, nicht nach vorne beugen Spürt die Ruffmuskulatur Auf die Körpermitte konzentrieren Und nochmal schneller Komm, haltet die Spannung Noch fünf Die Arme bilden eine gerade Linie Oberkörper schön zur Seite Noch drei Zwei Eins Und waagrecht ausrichten, Beine bisschen mehr beugen, Schultern tief Arme strecken Schön auf den Rumpf achten Oberkörper seitlich wegschieben So weit wie möglich Arme oben lassen Und wechseln Und wechsel Andere Seite Wechsel 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 Achtung und schneller Komm Komm Arme strecken Auf geht's Noch vier Noch drei Noch zwei Arme hoch Komm Abwechsel nach oben Ganz lang Ganz lang machen Gut Und schneller Höher Fünf Vier Drei So Eins Oben halten Und ab Gut Entspannen Schultern und Arme locker Kurz ablegen Und wieder die Schultern runterbringen Gut Schön atmen So Aufwärmung geht weiter Der Rücken Leichte Kniebeugestellung Po nach hinten Beine leicht gebeugt Oberkörper schon leicht nach vorne Denkt dran Oberkörper bleibt gestreckt Bauch bleibt schön angespannt Gewichte erstmal in die Hüftbeuge Schultern zurück Und dann geht der Oberkörper gestreckt nach vorne Und wieder hoch Und Auf geht's Komm Bauch schön angespannt lassen Noch vier Noch drei Noch zwei Und vorne bleiben Vorne bleiben Überprüft eure Position Beine leicht gebeugt Oberkörper schön gestreckt Bauch ist angespannt Die Bewegung kurz Vor Vor Ganz kleine Bewegung Mit gestrecktem Oberkörper Bauch angespannt Spürt den unteren Rücken bereits Noch drei Noch zwei Halten Arme ausstrecken Komm Gleiche Bewegung Kurz nach vorne Vor Hoch 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 Komm Oberkörper gestreckt Noch drei Zwei Zwei Und vorne bleiben Halten Nur die Arme Hoch Komm 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 Noch sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwo Eins Und halten Und ab Gut Sehr schön Aufrichten Und wieder locker machen Schön atmen Was trinken Zwei Part Zwei 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 Das ist eine andere Farbe, aber wer möchte, erhöht das Gewicht. So, jetzt schon ein bisschen erwärmt, jetzt machen wir noch ein bisschen intensive Aufwärmung, Oberkörper nach vorne, so weit nach vorne wie möglich, solange ihr gestreckt bleibt, Beine leicht gebeugt, Po nach hinten, Bauch angespannt, Arme nach unten, Ellbogen nach außen und dann die Arme hochziehen. Achtung, und hoch, tief, hoch, tief, hoch. Versucht den Oberkörper nicht zu bewegen, nur die Arme richtig die Ellbogen nach oben bringen, ohne Schwung. Komm, komm, schön hoch, weiter, noch vier, noch drei, noch zwei. Oben bleiben, halten, kurze Bewegung, komm, 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 komm. Oberkörper ruhig halten, noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Halten und ab, gut. Aufrichten. Schön gerade, Oberkörper schön ausbalancieren, nicht nach hinten legen, nicht nach vorne hängen. Schön gerade, Brustkorb hoch. Gut, die Handeln vorne am Oberschenkel kurz entspannen, lass die Schultern richtig runter. Und dann geht's nach vorne mit den Handeln, vor den Brustkorb, Arme leicht gebeugt, Ellbogen nach außen. Der Daumen ist immer ein bisschen tiefer als der kleine Finger. So halten und dann bewegen. Komm, kurze Bewegung in Schulterhöhe. Und wir gehen hoch. Tief. Weiter. Komm, Daumen tief, kleiner Finger ein bisschen höher. Und hoch. Kurze, kontrollierte Bewegung aus der Schulter. Tief. Und breiter. Komm. Hoch. Und tief. Komm, einmal noch breiter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Nach oben. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Tief noch mal fünf. Komm. Vier, drei, zwei, eins. Halten nach hinten. Ellbogen hoch. Und ab. Gut. Sehr schön. Und locker machen. Das ist aber ganz spannend. House-Flohe. Ich glaube, jetzt geht es ein flocker admiss settings ein Land. Ein subsidiader Die Boxrunde zum letzten Aufwärmung. Wer jetzt nicht warm wird, der wird sie nicht mehr heute. Schön breit stehen, ganzen Körper einsetzen, wichtig, schön Beine ein, Beine benutzen. Lastwechsel machen, links, rechts, Oberkörper, Rumpfmuskulatur und die Hand will immer oben halten. Auf geht's, langsam beginnen und vor, 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 come, 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 come. Schnell nach vorne, schnell wieder zurückziehen. Komm, 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 komm. Hände bleiben immer am Brustkorb. Nach oben. Hoch, 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 hoch. Vor, wieder. Und der Schwinger kommt von außen. Komm, Ellbogen hochziehen und nach innen. Komm, 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 komm. Komm, richtig beschleunigen die Hand nach vorne. Komm, 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 komm. Haken von unten. Hochziehen. Dabei schön in die Knie gehen und wieder abstoßen vom Boden. Hoch, 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 hoch. Komm, 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 komm. Gut. Und wieder vor. Auf geht's. Auf geht's. Anderer Schlag kommt nicht von unten. Kommt von oben. Hoch, komm, Ellbogen hoch und runterziehen. Auf geht's. Komm, 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 komm. Von hinten ausholen. Ellbogen hochziehen und runterbeschleunigen. Komm, 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 komm. Super. Nach vorne. Und doppelt. Schön atmen. Gut. Die Handtel an den Brustkorb. Schön zusammeldrücken. Und Pändel. Komm. Rufmuskulatur. Hantelfest zusammendrücken. Komm, 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 komm. Und wieder schlagen. Auf geht's. Komm. Und wieder an den Brustkorb. Seitlich. Oberkörper zur Seite nehmen. Achtung und schneller. Komm, komm, komm. Spannung im Bauch. Seitliche Bewegung. Komm, 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 komm. Komm, 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 fünf, vier, drei, zwei, eins. Nach vorne. Weiter schlagen. Komm, komm, komm. Gut. Bewege die Handtel senkrecht. Komm, 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 komm. Noch mal, doppelt so schnell. Tief. Komm, die Ellbogen vorn, zurück. Ganz viel Spannung. Brusthöhe. Komm, bleib im Rhythmus. Auf geht's. Komm, komm, komm. Brusthöhe. Die Hände weg vom Körper, ganz nach vorne. Komm, komm. Arme fast gestreckt. Weiter. Fünf, vier, drei, zwei. Wieder ranziehen. Komm, 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 komm. Vorbeugen. Achtung. Endspurt noch mal Gas geben. Komm, jeder so schnell wie er kann. Auf geht's. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Schneller, vier, drei, zwei, eins und Schluss. Gut. Pause. Ablegen. Einmal durchatmen. Und trinken. Schrauben. Bei'n äffn. Bei'n äffn. So, wir machen jetzt ein bisschen mit dem Rücken weiter. Leichte bis mittlere Kurzhanteln, viel wichtiger ist die Konzentration auf die Bewegung, gestreckter Rücken, wir gehen nach vorne, gut, wieder in die gleiche Ausgangsposition wie eben bei der Aufwärmung, Oberkörper schön gestreckt, Schultern zurück und wir gehen wieder vor und bewegen uns erstmal vor, vor. Oben die Schultern schöner hinten ziehen, dadurch kriegen wir die Spannung in den oberen Rücken, Bauch anspannen. Gut, wir nehmen jetzt die Hand hoch und zwar angewinkelt, die Hände neben dem Kopf, Unterarme zeigen nach vorne. Gut, super, weiter. Vor, noch vier, noch drei, noch zwei, vorne bleiben, halten, Ellbogen hochziehen, komm, gestreckter Oberkörper zur Seite ziehen und halten. Achtet auf die Bauchspannung, wechsel, andere Seite, andere Seite. Und wechsel, Ellbogen hoch und schneller, auf geht's, komm und Ellbogen oben lassen, Oberkörper vorne lassen, Bauch anspannen. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei und nach vorne ausrichten, Ellbogen hoch, Arme strecken und hochziehen. Komm, 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 sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, halten und ab. Gut, aufrichten, Schultern zurück und entspannen. Immer die Schultern in Bewegung bleiben, lassen. Und die Schultern fallen lassen. Gut, einmal tief durchatmen, Pausen halten wir relativ kurz und weiter geht's. Gleiche Ausgangsposition. Wir gehen wieder mit dem Oberkörper vor, gestreckt. Arme anwenden. Und nach oben ziehen. Wieder runter, erstmal überbewegen. Achtung. Und eins, zwei, drei, vier. Ellbogen hoch, fünf und sechs und sieben und acht und neun. Oben halten. Gut, Ellbogen möglichst hoch, Brustkorb gestreckt und seitlich kippen. Halten. Und andere Seite. Kippen. Kippen. Komm. Und schneller. Auf geht's. Komm, 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 komm. Ellbogen hoch. Weiter. Oberkörper vorne lassen. Komm, 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 komm. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und eins. Und waagrecht. Ellbogen nochmal hochziehen. Und ab. Gut. Sehr schön. Richtet euch auf. Macht die Schultern tief. So, wir nehmen uns die Langhante. Und zwar für das Rückentraining. Wir machen eine sogenannte Ruderbewegung. Das heißt, wir ziehen die Stange an uns ran, an den Bauch- bzw. Brustkorb. Macht euch das entsprechende Gewicht drauf. So, wir beginnen mit dem breiten Griff. Das heißt, die Hände sind relativ weit außen. Achtet drauf, wenn ihr die Stange vom Boden aufhebt. Und keinen runden Rücken machen, sondern schön gestreckt. Geht in die Knie dabei. Nehmt die Hantel auf. Und dann bringen wir wieder den Oberkörper möglichst parallel zum Boden. Und dann geht die Hantel senkrecht nach oben. Das heißt, die Ellbogen nach außen. Und die Hantel kommt am unteren Rippenbogen an. Wir versuchen, die Hantel immer zu spüren an den Rippen. Richtig feste dran ziehen möglichst. Und dann wieder lang machen. Die Schultern gehen tief. Achtung. Und langsam hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Richtig feste ranziehen. Hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Und schneller. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Feste ranziehen oben. Komm. Bauchspannung. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und halten. Feste ranziehen. Feste und ablehnen. Gut. Wieder aufrichten. Schultern zurück. Und atmen. Sehr schön. Aufheben. Gut. Wir verändern den Griff. Nehmen die Hantel von unten auf. Auch wieder gerade. Rücken beim Aufheben. Rücken beim Aufheben. Die Hände sind enger. Die Hände neben den Oberschenkel. Oberkörper wieder vor. Möglichst weit. Gestreckt. Die Hantel läuft am Oberschenkel entlang. In die Hüftbeuge. An die untere Bauchdecke. Schön feste dagegen ziehen. Und wieder lang. Hoch. Und hoch. Und tief. Und Schultern nach hinten ziehen. Und tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Und tief. Und schneller. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Komm. Und hoch. Schultern nach hinten. Komm. Und hoch. Noch drei. Noch zwei. Und oben halten. Fester ranziehen. Kurze Bewegung nochmal. Und zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Fester ranziehen. Schultern zurück. Und zum Knie. Und aufrichten. Schöner Oberkörper hoch. Schultern zurück. Und jetzt nochmal. Gerade Oberkörper vor. Handel bis zum Knie. Und dann aufrichten. Achtung. Und hoch. Tief. Hoch. 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 Komm. Komm. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Oben halten. Schultern zurück. Rücken anspannen. Schultern nach unten. Und ablegen. Gut. Und dringend Pause. So. Wir brauchen die Matte. Wir brauchen das Handtuch. Und wir gehen in die Liegestützposition. Gut. Wir gehen erst mal auf die Knie. Die Hände nach vorne an den Rand der Matte. Finger zeigen nach vorne. Gut. Erst mal Ellbogen und Schultergelenk wieder an die neue Bewegung. Gewöhnen. Oberkörper nach vorne schieben. Becken nach vorne drücken. Unterschenkel hinten hochziehen. Und dann wieder für sich erst mal langsam mit dem Brustkorb nach unten gehen. Möglichst tief. Und wieder hoch. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Gut so. Nehmt den Kopf zur Seite. Tief. 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 Gut. Oben bleiben. Arme kurz strecken. So. Die Bewegung haben wir drin. Jetzt mal ein bisschen schneller. Konzentrieren uns auf den Takt der Musik. Zehn Stück. Richtig runtergehen. Achtung. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Vier. Fünf. Richtig runter. Sieben. Oberkörper vor. Komm. Acht. Neun. Zehn. Und noch mal halbe Höhe gehen. Die Arme haben 90 Grad Winkel im Ellbogen. Nicht mehr bewegen. Schön die Spannung spüren. Im Arm, im Brustkorb. Bauch einziehen. Noch drei Sekunden. Zwei. Eins. Und strecken. Und zurück. Kurze Pause. Schön aufrichten. Bewegt die Schultern. Gut. So. Jetzt mal als Kontrastprogramm machen wir das Ganze. Machen wir die gleiche Übung noch mal. Nur nicht mehr auf den Knien, sondern auf den Füßen. Und jeder macht so viel, wie er kann. Wenn es dann nicht mehr geht, auf den Füßen direkt auf die Knie gehen und den Rest auf den Knien weitermachen. Auch nur zehn Stück. Wieder auf den Takt der Musik. Auf geht's. Hände schulterbreit. Ganz viel Körperspannung jetzt. Hinten auf die Füße. Hinten die Füße schulterbreit. Okay. Den ersten machen wir zusammen. Schön langsam. Langsam. Ganz tief. Komm. Ganz tief. Und wieder hoch. Okay. Halten. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Zehn Stück. Achtung. Und eins. Hoch. Zwei. Hoch. Drei. Hoch. Vier. Hoch. Fünf. Hoch. Tiefer. Komm. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und halbe Höhe halten. Komm. Bauch einziehen. Körper ist wie eine Gerade. Ein Brett. Komm. Noch drei. Zwei. Eins. Strecken. Und weg. Gut. Sehr schön. So. Kleiner Unterschied. Habt ihr gemerkt. So. Jetzt breit. Komm. Die Hände richtig neben die Matte. So. Auch hier erst mal auf den Knien bleiben. Oberkörper schön nach vorne schieben. Über die Arme. Bauch einziehen. Und langsam. Tief. Und hoch. Und hoch. Möglichst tief. Und hoch. Möglichst tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Die letzten fünf schneller. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Komm. Weiter. Tief. Hoch. Noch einen. Tief. Hoch. Und halbe Höhe halten. Komm. 90 Grad Winkel im Ellbogen. Nicht mehr bewegen. Bauch einziehen. Weiteratmen. 3, 2, 1. Strecken. Gut. Sehr schön. Aufrichten. Schultern entspannen. Arme ausschütteln. So. Ganz wichtig, dass ihr bei der Übung immer auf die Bauchspannung achtet. Der Rücken ganz gerade bleibt. Nicht durchhängen. Gut. Letzte Chance. Für Brust. Für die Trizeps. Wir beginnen auch wieder. Oder wir beginnen diesmal mit der schweren Variante. Das heißt hinten auf den Füßen. Wenn das nicht mehr geht. Wenn es euch zu schwer wird. Einfach auf die Knie gehen und weitermachen. Gut. Auf geht's. Bauchspannung. Auf die Unterarme. Komm. Hinten auf die Füße. Bauch einziehen. So. Bauchspannung. Komm. Wir beginnen auf einer Seite. Achtung. Und hoch. 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 Tief. 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 Und hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. 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 Tief. Tief. Komm. Auf geht's. Komm. Komm. Tief. Tief. Und hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. 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 Tief. Tief. Und hoch. Hoch. Tief. Tief. Halten. Auf der anderen Seite. Anfangen. Andersrum. Und noch mal. Jetzt richtig Gas geben. Auf geht's. Hoch. Hoch. Tief. Und hoch. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Weiter. Komm. Hoch. Hoch. Tief. Halten. Auf die Knie. Unterschenkel hoch. Und noch mal andersrum. Jetzt richtig Gas geben. Auf geht's. Hoch. 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 Tief. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Komm. Schleller. Super. Weiter. Komm. 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 Andersrum. Nochmal andersrum. Komm. 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 Noch drei. Komm. Noch zwei. Komm. Noch einen. Und halbe Höhe. Halten. Letzte Chance. Drei. Zwei. Eins. Und strecken. Sehr schön. Gut. Pause. Pause. So. Was trinken. So. Oberkörper schön aufrecht. Aber entspannt euch oben locker. Schultern locker. Arme locker. Jetzt lassen wir das Blut nochmal vom Oberkörper in die Beine strömen. Gut. Konzentriert euch nochmal auf die Oberschenkel. Auf den Po. Wir gehen nochmal mit der Beuge ganz langsam wieder für sich. Schön atmen. Enden Po. Bauchspannung. Schultern zurück. Und tief. Hoch. 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 Tiefe. Hoch. Tiefe. Hoch. Tiefe. Hoch. Tiefe. Hoch. Tiefe. 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 Tiefe Das war zu langsam. Achtung. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Bring den Hintern runter. Komm. Und tief. Tief. Und tief. Und tief. Immer tiefer. Komm. Oberkörper schön vor. Und wieder aufrichten. Die Arme dazu. Beim runtergehen vor. Und wieder zurück. Vor. Und 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 vor. Super. Atmen. Kopf. 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 Weiter. Weiter. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Unten bleiben. Schön tief. Hintern runter. Arme hoch. Bauchspannung. Kurze Bewegung. Tief. 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 Komm. 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 Noch fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Halten. Hintern runter. Arme hoch. Dauch einziehen. Oberkörper gestreckt. Nicht bewegen. Keine Schmerzen. Langsam hoch. Sehr schön. Kurz ausschütteln. Beide Füße nach vorne. Oberkörper bleibt aufrecht. Arme raus. Gleichgewicht halten. Das hintere Knie senkrecht nach unten. Möglichst tief. Und runter gehen. Halten. Halten. Ausgangsposition. Halten. Seid ihr soweit? Achtung. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Unten bleiben. Halten. Komm. Oberkörper aufrichten. Bauchspannung. Und raus. Direkt wechseln. Andere Seite. Und Ausgangsposition. Tief. Oberkörper aufrichten. Und eins. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Runter gehen. Halten. Aufrichten. Bauch einziehen. Runter. Komm. Drei. Zwo. Eins. Raus. Kurz ausschütteln. So. Nochmal andere Seite. Nochmal runter gehen. Komm. Kurze Bewegung nochmal. Und eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Unten bleiben. Aufrichten. Bauch einziehen. Halten. Drei. Zwei. Eins. Raus. Wechseln. Komm. Letzte Chance. Runter gehen. Kurz. Und eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Runter gehen. Aufrichten. Bauch einziehen. Halten. Drei. Zwo. Eins. Raus. Gut. Entspannt euch. Ausatmen. Schultern runter. Gut. Kurz entspannen. Gerade mal die Oberschenkel. Nehmen wir den Unterschenkel hoch. Schön Gleichgewicht halten. Nach hinten ziehen. Oberschenkel nebeneinander. Kurz halten. Ausatmen. Und langsam lösen. Andere Seite. Und langsam weg. Gut. Bisschen breiter stehen. Oben schön gerade. Schultern entspannt. Arme raus. und Brustkorb dehnen. Schön die Ellbogen zurück. Die Schultern schön hängen lassen. Und ausatmen. Schön die Ellbogen ein bisschen nachziehen noch. Gut. Bisschen tiefer gehen. Hände ganz nach hinten klappen. Arme strecken. Und die Arme durchziehen. ganz weit zurück. Gut. Hände runter zusammen. Und runterziehen. Brustkorb hoch. Schulter tief. Und das Kinn nach vorne. Gut. Lösen. Locker. Arme hoch. Ein Hand gelenk. Die Arme schön weit zurück. Und wir ziehen den Arm über den Kopf. Und neigen uns zur Seite. Schön halten. Schön atmen. Und langsam wechseln. Umgreifen. Und nochmal gerade. Und strecken. Gerade gut. Und nach vorne. Den Oberkörper schön durchhängen lassen. Den Rücken entspannen. Kopf, Schultern, Arme locker lassen. Dehnt auch nochmal die Rückseite des Oberschenkels mit. Gut. Langsam aufrichten. Schön den Brustkorb wieder hochziehen. Schultern zurück. Und locker lassen. Super. Füße zusammen. Kinn zurück. Perfekt. So, das war's für heute. Danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. summit. snapping.